Ich drücke jetzt mal auf bestellen. Er fragt jetzt nochmal ja. Er hat hier unten die Bestellung jetzt hier angelegt. Ich mache es gleich nochmal zu und zeige es nochmal. Ich habe jetzt aus dem Auftrag heraus bestellt. Was wir klassisch schon machen, ist manchmal so einen Zusatzreiter einbinden. Ich weiß gar nicht, ob das der hier schon ist. Ehrlich gesagt doch ist er. Er wird jetzt hier sogar zeigen, zu dieser Auftragsposition gehört diese Bestellung. Die ist vom Lieferanten noch nicht bestätigt, also ist er noch unbestätigt. Deswegen ist er noch keine AB-Nummer eingetragen und das Lieferdatum ist mit Vorsicht zu genießen, 13.6. Also das würde ich sowohl im Auftrag sehen, aber ich gehe jetzt mal in die Bestellung. Er ist jetzt hier oben schon in die Bestellung direkt reingesprungen. Die sieht im Prinzip genauso aus wie der Auftrag. Es steht halt nur Bestellung drüber. Und auch in der Bestellung sehe ich direkt hier den Kundenauftrag. Also ich bin jetzt wie gesagt hier in der Lieferantenbestellung bei Fatura, aber ich sehe hier rechts, dass es für diesen Auftrag, für den Kunden Heifer-Meyer und natürlich könnte ich hier mit dem Pfeil auch wieder direkt in den Auftrag springen. Also die sind fest miteinander verheiratet. Zum einen auf Kopfebene, aber auch auf Positionsebene, was im Zweifelsfall immer sicherer ist. Ja, also die sind miteinander verheiratet. Das heißt, auch im Auftrag würde ich das sehen. Ich gehe nochmal zurück in den Auftrag und mache nochmal eine Verfügbarkeitsprüfung. Jetzt kommt vielleicht der nächste Kunde und will auch den gleichen Artikel haben. Man geht auf die Verfügbarkeitsprüfung. Ich sehe doch hier Bestellungen und das ist jetzt leider ein bisschen rübergerutscht, aber ich würde auch hier sehen, Achtung, das ist eine kundenbezogene, auftragsbezogene Bestellung. Also die kannst du, auf die darfst du gar nicht zugreifen. Ich würde jetzt sogar behaupten, lass uns die nochmal einfärben. Das ist ja Achtung, Bestellungen, die mit Kundenbezug haben, eine andere Farbe. Das wäre so ein Mini-Customizing, was hier vielleicht sinnvoll wäre. Aber der Mitarbeiter sieht sofort, das Feld kann ich natürlich auch nach vorne ziehen. Achtung, das ist eine Bestellung, die ist gar nicht fürs Lager gedacht, sondern die geht entweder per Strecke direkt an den Kunden oder die ist für diesen Kunden mal zumindest reserviert. Also diese Verknüpfung ist da, die brauchen wir auch. Gehen wir mal zurück in die Bestellung. Im Prinzip vom Aufbau her genau das Gleiche. Ich könnte jetzt hier die Bestellung bestätigen, haben wir eben ganz kurz gesehen. Wir haben auch eine Lieferantenanmahnung. Achtung, der Lieferant hat noch nicht bestätigt. Ich kann Lieferantenbestätigung anmahnen, ich kann Termine anmahnen. Auch mit einem mehrstufigen Mahnsystem. Ähnlich wie ein FIBU-Mahnsystem, was auch durchgebucht wird mit Eskalationsstufen. Einfach damit Sie Ihre Kundentermine halten können. Wir haben auch eine Lieferantenbewertung, wer liefert wie, wann, oft zu spät. Aber das machen wir mal. Auch eine Bestellung. Können wir mit dem Abschluss arbeiten? Ich muss es nicht. Wir haben es ja wieder so konfiguriert. Das heißt auch die Bestellung, hier könnte ich jetzt erst einen Wareneingang buchen, wenn sie abgeschlossen ist. Wenn sie also quasi sauber ist. Wir tun jetzt mal so, der Lieferant hat bestätigt. Die Ware kommt. Container sparen wir uns jetzt auch mal. Gehen wir direkt in den Wareneingang. Er begibt jetzt diese Bestellung quasi bei Ihnen an den die Ware kommt vom LKW. Wareneingang, ruft sich die Masken auf und kann jetzt hier einlagern. Auch hier, aufgrund der Zeit hat man den ganz kurzen Weg. Er gibt die Lieferschein-Nummer an. Er gibt das Lieferschein-Datum an. Er könnte sich den natürlich hier nochmal anschauen. Um eine Sichtprüfung zu machen, ist das auch der richtige Artikel. Er könnte Etiketten drucken. Er könnte Teillieferungen machen. Er könnte eine Qualitätskennziffer vergeben. Cross-Docking für das LVS sicherlich immer ein Thema. Mängelbericht erst nach der Prüfung wahrscheinlich. Ansonsten machen wir jetzt hier mal einen Eingang. Schnellsten Weg. Wir können einstufigen und ein zweistufigen machen. Einstufig ist erstmal ein QS-Lager. Das heißt, ich bestehe wieder dem... Die Ware ist schon mal im Haus, damit der Verkauf von Autos sieht und sagt, okay, die Ware ist eingetroffen. Aber die ist noch nicht QS-geprüft. Also ich habe sie noch nicht im verfügbaren Bereich. Es kommt noch kein Packzettel für die Kunden raus, weil da muss erstmal einer drüber gucken. Wir sind jetzt mal direkt unterwegs. Machen hier einen Wareneingang. Momentan auch nicht über das LVS, sondern in einem chaotischen Standardlager. Könnt jetzt hier von Hand einen Lagerplatz vorgeben, wenn der Lagerist sagt, das muss genau dahin. Oder ich mache einen Vorschlag oder ich mache eine Automatik, auf welchem Platz das eingelagert werden soll. Wir lagern jetzt mal auf den Platz 01 ein. Damit ist der Wareneingang geprüft. Die Bestellung... Ich gehe mal ganz kurz zurück in die Bestellung. Aktualisiert das mal. Kriegt jetzt hier einen neuen Status 3. Ist eingegangen, ist noch nicht rechnungsgeprüft. Ich könnte jetzt von hier aus auch direkt die Rechnungsprüfung ansteuern. Aber wir wollen jetzt mal gucken, was ist im Auftrag passiert, weil wir hatten es ja verknüpft. Wir haben ja gesehen, dass wir eine auftragsbezogene Bestellung gemacht haben. Die ist jetzt auch automatisiert auf Status 2 gegeben, weil ich habe den Wareneingang gebucht. Der Kunde wartet auf die Ware. Also ab dafür. Ich muss kein Mitarbeiter mehr in die Hand nehmen, sondern die ist freigegeben zur Lieferung. Und ich würde hier im nächsten Step, ich mache es jetzt von Hand, aber jetzt eine Packliste drucken. Ich zeige es dir mal. Ist aber nicht schön. Das ist unser Interne. Kommt jetzt hier einfach eine Packliste raus. Ja, die wird dann unten irgendwo gescannt. Wie gesagt, es sollte noch ein bisschen mehr drauf. Mit Plätzen, Währnummern etc., was sie da alles haben. Okay. Jetzt wird das Ding auch grau, weil ich habe eine Packliste gedruckt. Die ist jetzt in der Kommissionierung und kann da abgearbeitet werden. Okay. Genau. Richtig, genau. Also das ist jetzt die klassische Oldschool-Lösung. Nicht Oldschool, für kleinere, mittlere Kunden. Das Ganze würde elektronisch natürlich passieren. Eigentlich würde die jetzt nicht, im Auftrag schon mal gar nicht gedruckt. Das soll ja gar keiner. Das deaktivieren wir auch oft. Sondern die landet quasi in einem sogenannten Pickpool. Dann wird die auf die MDS weitergeleitet. Je nach Eignung des Pickers. kriegt er bestimmte Picklisten und verarbeitet das Ganze elektronisch. Also das ist jetzt quasi die Offline-Variante. Oder die Papier-Variante. Weil wir da, ja manche Kunden arbeiten, auch noch klassisch mit Papier. Also wie gesagt, wenn sie das LVS nutzen, das sehen wir bei Ihnen, dann passiert das Ganze nur elektronisch über Scanner. Dann passiert ja nichts mehr von Hand. Also wie gesagt, was ich jetzt getan habe, von Hand an den Auftrag noch mal reingehen, das muss ich gar nicht, weil die Ware kommt. In dem Fall ist sie auftragsbezogen, die wird freigegeben, landet in der Logistik. Ansonsten, selbst wenn sie nicht auftragsbezogen wäre jetzt, aber der Kunde will die Ware haben und es ist Ware da, dann macht er eine sogenannte Lieferzuteilung, sagt okay und schiebt es ebenfalls in den sogenannten elektronischen Pickpool, wo sie dann abgeholt werden, automatisiert von den Pickern, Packern. in den Pickern, Untertitelung des ZDF, 2020